Hallo, liebe Detektive! Dies ist ein ganz besonders spannender Fall für erfahrene Detektive ab zehn Jahren. Jüngere Spürnasen sollten sich nur in Begleitung Erwachsener in dieses Großstadt-Abenteuer stürzen, denn es kann ganz schön gefährlich werden. Aber ihr könnt euch mir gefahrlos anvertrauen. Zwischen den Zeilen wird nicht scharf geschossen, denn die schärfste Waffe eines guten Detektivs ist der Verstand. Hört zu und ermittelt einfach mit. Euer Isidor Kugelblitz Kommissar Kugelblitz in München Ein Kinderkrimi aus der Kinderkrimiserie von Ursel Schäffler Gelesen von Bodo Henkel Gauner stecken überall Doch Kugelblitz löst jeden Fall Ob Rio, ob Rüssel, ob Rom, Shanghai Kugelblitz ist stets dabei Markenzeichen ist ein Grips Und ein gelb getupfter Schlips Hat viel, viel Bauch und wenig Haar Das ist unser Kommissar Kugelblitz Kugelblitz Das ist jeden Fall mit Grips und Witz Kugelblitz Das ist jeden Fall mit Grips und Witz Kugelblitz Kugelblitz Das ist jeden Fall mit Grips und Witz Kugelblitz Das ist jeden Fall mit Grips und Witz Kugelblitz Das ist jeden Fall mit Grips und Witz Kugelblitz Das ist jeden Fall mit Grips und Witz Kugelblitz Kugelblitz Das ist jeden Fall mit Grips und Witz Kugelblitz Eiskalt erwischt Kugelblitz fährt mit dem Rad zum Kommissariat Aus gutem Grund Sein Freund und Hausarzt Dr. Rüttelpulz hat gesagt, dass er dringend mehr Bewegung an der frischen Luft braucht Die neue Fahrradstraße führt direkt an der Eisdiele Pingpong Pinguin vorbei Das beliebte Eiskaffee liegt neben dem Tischtennisklub Pingpong, dem es seinen Namen verdankt Ob er da einen kleinen Zwischenstopp machen soll? Das ist verlockend an diesen heißen Junimorgen Aber dann durchkreuzt ein junger Mann im lila Kapuzenpulli seine Pläne Der rennt nämlich plötzlich aus dem Fitnesscenter Muckimaus auf der rechten Seite und überquert direkt vor ihm die Fahrbahn Er trägt ein schwarzes Paket unterm Arm Kugelblitz macht eine Vollbremsung Der Mann stolpert, flucht, stürzt, verliert einen Schuh, rappelt sich wieder auf und rennt weiter Das war knapp, schnauft Kugelblitz erschrocken Er hebt sein Rad auf und klopft sich den Straßenstaub vom Hosenbein Zum Glück ist nichts weiter passiert In diesem Augenblick stürzt ein Angestellter des Fitnesscenters heraus und ruft Haltet den Dieb! Da hinten rennt er! Mit unserer Kaffeekasse! Er zeigt auf das Ende der Straße, wo der Mann davonläuft Kugelblitz erkennt gerade noch das schwarze Dinosaurier-Logo auf dem Rücken seines lila Kapuzen-Shirts Ehe der Dieb im U-Bahn-Eingang an der Ecke verschwindet Den erwischen wir nicht mehr, bedauert Kugelblitz Nicht mal mit einem Rennrad Ich muss sofort die Polizei verständigen, schnauft der aufgeregte Mann Die Polizei ist schon zur Stelle, sagt Kugelblitz ruhig und zeigt seinen Dienstausweis War viel Geld in der Kasse? 200 oder 300 Euro vielleicht, überlegt der Mann Es ist schon das dritte Mal, dass so etwas hier in der Gegend passiert Gestern wurde in der Nebenstraße eine Bank überfallen Vielleicht war er das auch Das war kein Bankräuber, beruhigt den Kugelblitz Eher ein Gelegenheitsdieb, der ganz schnell Geld für seinen Joint brauchte Mit denen haben wir momentan viel zu tun Die Drogenkriminalität nimmt in letzter Zeit leider wieder besorgniserregend zu Kugelblitz bückt sich und hebt den Schuh auf, den der Flüchtende verloren hat Den werde ich auf alle Fälle sicherstellen, murmelt er Man kann nie wissen Hm, es ist der linke Schuh Falls wir den rechten bei jemandem finden, sag ich Bescheid Wem der Schuh passt, der war es So wie bei Cinderella? Fragt der junge Mann Er kennt das Aschenputtelmärchen aus dem Disney-Film Ungefähr so, schmunzelt Kugelblitz Und jetzt erstatten Sie bitte Anzeige beim zuständigen Revier Falls der Mann wieder auftaucht, dürfen Sie mich auch direkt anrufen Hier ist meine Durchwahlnummer Kugelblitz überreicht ihm seine Visitenkarte Etwas beruhigt geht der Mann in den Sportclub zurück Kugelblitz klemmt den Schuh auf den Gepäckträger Es ist ein schwarzer Laufschuh Marke Puma, Größe 38 Ziemlich klein für einen Männerfuß, denkt er Und schwingt sich wieder auf den Sattel seines feuerroten Sportrads Das zum Glück unbeschädigt geblieben ist Nach 27 Metern stoppt ihn ein neues Hindernis Ein aufgeblasener Pinguin Er hält ihm das Werbeschild der Eisdiele entgegen Er preist in Großbuchstaben Vanilleeis mit Mandelkrokanttopping an Ein Sonderangebot Mit Sahne Kugelblitz wirft einen schnellen Blick auf die Fitnessuhr an seinem Handgelenk Und murmelt Naja, ein halbes Stündchen? Hätte ich ja noch Er parkt sein Rad im Fahrradständer, den ein zweiter aufgeblasener Pinguin bewacht Und geht in den kleinen Garten neben dem Eiskaffee Dort nimmt er unter einem weiß-gelb gestreiften Sonnenschirm an einem der Bistrotische Platz Den Eisbecher mit Mandelkrokant bitte, sagt er zu der jungen Frau im Pinguinshirt, die jetzt herauskommt Aber bitte ohne Sahne Wirklich? Die Sahne ist doch heute im Preis inbegriffen, Herr Kommissar Gönnen Sie sich doch etwas Gutes an diesem wunderschönen Morgen Ermuntert die gärtensschlanke junge Frau ihren rundlichen Stammgast Na gut, überredet, seufzt Kugelblitz Seine guten Diätvorsätze schmelzen so schnell wie ein Eisberg in der Wüste Und schließlich ist er ja auch schon geradelt Er sieht nochmal auf die Uhr Er ist wirklich noch früh dran Zeit genug, die kühle Erfrischung in Ruhe zu genießen Auf dem Tisch liegt die Zeitung, die offenbar ein anderer Gast liegen gelassen hat Zufrieden liest Kugelblitz die Schlagzeile Polizei zerschlägt internationalen Dealerring Tja, das war wirklich ein sensationeller Erfolg Und das Ergebnis monatelanger mühsamer und gefährlicher Ermittlungen Denkt er zufrieden Auch wenn Popeye, der Kopf der Wande In letzter Minute nach Dubai entwischt ist Nicht schlecht, murmelt Kugelblitz Als er kurz darauf die knusprigen Mandeln vom Vanilleeis pickt Da klingelt sein Handy Er angelt das Smartphone aus seiner Hosentasche Bonny, liest er auf dem Display und lächelt Das ist sein Patenkind aus München Er hat Bonny lange nicht gesehen Aber jetzt hat sie ihn vor ein paar Tagen zu ihrem 13. Geburtstag eingeladen Du kommst doch, fragt Bonny Ich male gerade die Tischkarten Es sind 13 Gäste Du bist doch nicht abergläubig Evo, sagt Kugelblitz Wenn du 13 Gäste hast, sind wir außerdem 14 Personen Oder wolltest du nicht dabei sein? Stimmt, sagt Bonny und lacht Mich hab ich auf der Liste tatsächlich vergessen Du kommst also? Versprochen ist versprochen, versichert Kugelblitz Einen Fensterplatz im Zug hab ich schon gebucht Vielleicht geh ich anschließend noch ein paar Tage zum Wandern in die Berge Ich hab ja leider noch Schule Bei uns in Bayern sind die Ferien ja immer so spät, seufzt Bonny Sonst käme ich gern mit Tut mir leid, ich muss jetzt Schluss machen, Bonny Ich hab im Augenblick einen coolen Termin mit einem Eisböcher Und danach ein heißes Gespräch mit Direktor Bingo im Polizeipräsidium Eis am frühen Morgen? Ach, Onkel Easy Du bist unverbesserlich, sagt Bonny und legt lachend auf Um 10 vor 10 ist Kugelblitz im Kommissariat Zwei seiner drei Assistenten begegnen ihm auf der Treppe Der Polizeiobermeister Fritz Pommes und Peter Zwiebel Einsatz auf einem Schulgelände, Chef, ruft Pommes im Vorübereilen Eine größere Rauferei nach einem Fußballspiel, ergänzt Zwiebel Na dann schlichtet mal schön und lasst euch nicht verprügeln, ruft Kugelblitz seinen beiden Assistenten nach Bingo hat schon nach ihnen gefragt, Chef, bemerkt die Kriminalkommissarin Sonja Sandmann Als Hauptkommissar Kugelblitz sein Büro betritt Und ihre Hosenbeine sind noch hochgekrempelt Oh, danke, murmelt Kugelblitz und rollt die Hosenbeine nach unten Wieso drängelt Bingo so? Es ist gerade mal 5 vor 10 und wir sind erst um 10 verabredet Zeit genug, um die Ersatzkrawatte umzubinden, die im Schrank hängt Sagt Sonja mit vergnügten Augenzwinkern Kugelblitz sieht auf seinen Schlips und sagt dann Danke für den Hinweis, Sandmännchen Da haben sie mich ja eiskalt erwischt Er freut sich, dass seine tüchtige Assistentin so eine gute Spurenleserin ist Wollten sie anschließend auf einem Bein joggen gehen? Fragt Sonja Sandmann mit einem belustigten Blick auf den einzelnen Laufschuh, den Kugelblitz in der Hand hält Das? Oh nein, gut, dass sie fragen Da ist Folgendes passiert Er berichtet kurz von dem Vorfall beim Fitnesscenter Muckimaus Lassen Sie den Schuh bitte gelegentlich als Beweisstück in die Asservatenkammer bringen, Sandmännchen Man kann nie wissen Liebe große und kleine Detektive Um festzustellen, wie gut ihr aufgepasst habt Stellen wir zwischendurch Fragen zu dem Fall Vergleicht eure Lösungen mit den richtigen Antworten ganz am Ende dieses Falles Viel Glück, euer Isidor Kugelblitz Drei leichte Fragen zum Anwärmen für alle Detektive Die jetzt mit Kugelblitz Seite an Seite auf Ermittlungsreise gehen wollen Erstens, welche Spur hat Sonja Sandmann entdeckt? Zweitens, was verrät diese Spur? Drittens, was ist eine Asservatenkammer? Kommissar Kugelblitz Bis jeden Fall mit Krips und Blitz Alles Bingo Mein lieber Kugelblitz Begrüßt Bingo seinen Star-Kommissar und geht mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu Das war ja wirklich ein fantastischer Kuh, den Sie und Ihr tüchtiges Team am Wochenende gelandet haben 37 Festnahmen allein in Hamburg Haben Sie schon die großartigen Presseberichte gelesen? Nur flüchtig eine Schlagzeile, sagt Kugelblitz Ich hab heut länger geschlafen, da wir nach dem Einsatz auf dem Containerschiff im Hafen erst nachts um drei Uhr nach Hause gekommen sind Aber das hat sich gelohnt, jubelt Bingo Und haut Kugelblitz so begeistert auf die Schulter, dass der, gefühlt, 10 Zentimeter im Boden versinkt Weltweit 187 Festnahmen Eben kam die Mail vom Kollegen aus USA Die New York Times wird auf der Titelseite darüber berichten Und die Kollegen in Shanghai, Barcelona, Paris und Rom haben gleichzeitig zugeschlagen Es war eine gute Zusammenarbeit Fast mit allen Aber der Kopf der Bande ist entwischt Dieser Pop-Pop-Pop-Popai Komischer Name Das ist nur sein Spitzname In Wahrheit heißt er Romeo Alvarez de Espinaza Bemerkt Kugelblitz Espinaza ist Spanisch Und heißt so viel wie Spinat Nun, der Name ist nicht so wichtig Denen wechseln die Gauner Ja mitunter öfter als die Unterwäsche Ihren kleinen Urlaub Haben sie jetzt jedenfalls verdient Fügt Bingo gönnerhaft Wohin geht es denn? Nach Bayern Oh, ins Ausland Scherzt Bingo Verstehen Sie bayerisch? Kein Problem Versichert Kugelblitz Ich habe schließlich als junger Kriminalassistent Einige Jahre in München gearbeitet Und einige Jahre in München gearbeitet Wie war's? Fragt Sonja Sandmann gespannt Als Kugelblitz zurückkommt Ein Wunder ist geschehen Seufzt Kugelblitz erleichtert Bingo hat uns gelobt Ich weiß auch warum Sagt Sonja Und zeigt auf die Zeitungen Die auf dem Schreibtisch ausgebreitet sind In den Presseberichten Wird immer nur Sein Name lobend erwähnt Nicht ärgern So ist es doch immer Der Erfolg ist Chefsache Und wenn etwas schief geht Dann sind wir schuld Sagt Kugelblitz Er schmunzelt Angelt sich Trenchcoat Tupfenschal und Mütze Vom Kleiderständer hinter der Tür Und sagt Ich bin dann erstmal Ein paar Tage weg Aber ich weiß bei euch Alles in besten Händen Sonja lacht Wir geben uns Mühe Wohin geht die Reisechef? Nach München Ein neuer Fall? Fragt Sonja mit grauser Stirn Total privat Versichert Kugelblitz Der Geburtstag Einer hübschen jungen Dame Oh, sagt Sonja überrascht Und ein bisschen neugierig Sie heißt Bonny Und wird 13 Jahre alt Ist die Tochter meiner Cousine Nelly Und mein Patenkind Bonnys Bruder Benni Ist schon 15 Der Papa der beiden Ist Hauptkommissar Ronny Renz Mit dem sie ja in letzter Zeit Wegen des Falles Troppenschnee Die öfter telefoniert haben Er zwinkert vergnügt und sagt Ich nenne Bonnys Familie Immer die Y-Bande Ach so, sagt Sonja erleichtert Haben sie schon ein Geburtstagsgeschenk? Oje Gleich neben dem Fitnesscenter Muckimaus Mit Fahrradhelm kennt sie sich bestens aus Denn sie ist begeisterte Radsportlerin Und radelt sogar manchmal bei den Hamburger Cyclassics mit Wenn ich sie nicht hätte Sandmännchen Sagt Kugelblitz Und verabschiedet sich lachend von seiner tüchtigen Assistentin Kommissar Kugelblitz Für's jeden Fall Mit Glücks und Blitz Und nun eine Frage an alle Detektive Die sich auch im Dschungel von Verwandtschaftsbeziehungen Nicht so leicht verirren Erstens Ist Bonny die Nichte oder die Enkelin von Kugelblitz? Zweitens Haben Kugelblitz und Bonny gemeinsame Großeltern? Drittens Warum nennt Kugelblitz seine Münchner Verwandten die Y-Bande? Kugelblitz Für's jeden Fall Mit Glücks und Blitz Ankunft in München Am Mittwoch klingelt der Wecker schon um 5 Uhr morgens In Windeseile macht Kugelblitz sich reisefertig Er hat einen Platz im Frühzug nach München gebucht Der startet um 7 Uhr vom Dammtor Bahnhof Der kleine Koffer ist schon gepackt Den Fahrradhelm für Bonny und seine Reiselektüre Hat er in seinem Wanderrucksack verstaut Kugelblitz macht sich auf den Weg Endlich Ferien! Seufzt Kugelblitz Als er eine knappe Stunde später In die Polster des ICE sinkt Er hat die schnellste Verbindung herausgesucht Wenn alles klappt, sollte der Zug um 12.38 Uhr in München sein Nur gut 5,5 Stunden Privatreisen macht Kugelblitz prinzipiell lieber mit der Bahn Das schont die Umwelt und die Nerven Er lehnt sich behaglich in die Polster zurück Genießt seinen Frühstückskaffee Und angelt sich einen Krimi aus dem Rucksack Und die frische Butterbrezel mit Schnittlauch Die er gerade am Bahnhofskiosk im Vorübereilen erstanden hat Das schmeckt schon ein bisschen nach München Sein Buch ist spannender als gedacht Und es ist vor allem entspannend Da kann man die cleveren Kollegen im Buch die Fälle lösen lassen So vergeht die Zeit im Zug wie im Flug Kurz vor München meldet sich sein Handy Kugelblitz angelt es aus der Tasche Seines senfgelben Trenchcodes Und liest die SMS Warte am Bahnsteig Ronny Kugelblitz simst zurück Bin gleich da Freu mich auf euch Easy Er ist froh, dass Ronny ihn abholt Denn die Familie seiner Cousine Wohnt etwas außerhalb Am nördlichen Stadtrand von München Ronny Renz ist nicht nur Bonnys Papa Er ist auch ein zuverlässiger Kollege von Kugelblitz Bei der Münchner Polizei wird der tüchtige Ronny Oft für Sonderermittlungen eingesetzt So gehörte er auch zu den Ermittlern der Soko Tropenschnee Jetzt fährt der Zug in die Bahnhofshalle ein Die Räder quietschen Die Türen öffnen sich Kugelblitz steigt aus Und zieht sich suchend um Da winkt aus der Ferne Ein braungebrannter, sportlicher Mann Und läuft mit großen Schritten auf ihn zu Hi, Easy Door Ruft Ronny Schön, dass du da bist Und so pünktlich Er nimmt Kugelblitzkoffer und Rucksack ab Mein Auto steht gleich nebenan Im Parkhaus Die Fahrt in den Stadtteil Feldmoching Wo Familie Renz in einer Neubausiedlung wohnt Dauert eine gute halbe Stunde Die beiden Kriminaler reden über den Fall Tropenschnee Der sie in den letzten Wochen auf Trab gehalten hat Es ging um ein internationales Netz von Drogenhändlern Leider ist im Verlauf der Aktion bei uns in München Einiges schiefgelaufen Seufzt Ronny Wir vermuten, dass es eine undichte Stelle Bei der Polizei gab Nur so lässt sich erklären Dass vor zwei Wochen Bei der Razzia in drei Lokalen Alle Verdächtigen Rechtzeitig abgetaucht sind Und gestern der Bandenchef Popeye Vom Münchner Flughafen aus Nach Dubai entwischen konnte Wie hat er das angestellt? Fragt Google Blitz Sicher hatte er gefälschte Papiere Genau, er hatte einen Saudi-Arabischen Pass Und flog mit der Fluglinie Emirates Er hatte sich als Frau verkleidet Mit Chador und Niqab verschleiert Da waren von seinem Gesicht nur die Augen zu sehen Er führte einen kleinen Jungen an der Hand Mutter mit Kind, dachte jeder Ihre Bilder waren auf den Überwachungskameras zu sehen Tarnung total Wir haben sofort mit den Kollegen in Dubai Kontakt aufgenommen Aber in den arabischen Ländern Fällt eine verschleierte Frau Natürlich nicht besonders auf So verliert sich seine Spur im Wüstensand Wir kriegen den Burschen Es ist nur eine Frage der Zeit Brummt Google Blitz entschlossen Die Katze lässt bekanntlich das Mausen nicht Er wird weiter seine dunklen Geschäfte betreiben Und irgendwann erwischen wir ihn Unverschleiert Wer hat Popeye bloß rechtzeitig Vor unserem geplanten Zugriff gewarnt? Fährt Ronny mit gerunzelter Stirn fort Man merkt, dass ihn die Sache immer noch beschäftigt In seiner Villa in Grünwald Waren alle Spuren beseitigt Und im Büro alle Computerdateien gelöscht Dazu braucht man Zeit Ein Leck in den eigenen Reihen Wie damals im Fall Koralle Vermutet Kugelblitz Ärgerlich Höchst ärgerlich Ja, das ist es Unser Chef Theo Talpa ist deswegen fast ausgerastet Er gibt mir und meinen Leuten die Schuld Dabei war es sein hochgeschätzter Assistent Bernie Engel Der das Fahndungsfoto und die Fingerabdrücke Zu spät an die Flughafenpolizei weitergeleitet hat Aber auf den lässt er ja nichts kommen Kein Wunder Er ist der Sohn seiner Schwester Da unterbricht das Navi die spannende Unterhaltung Und die Lautsprecherstimme in Ronnys Wagen verkündet Sie haben ihr Ziel erreicht Jetzt kriegen wir gleich eine herzhafte Brotzeit Sagt Ronny Und parkt den Wagen im Carport Neben einem kleinen weißen Reihenhaus Onkel Easy Nee, ruft Bonny Als sie Kugelblitz erblickt Und stürmt die kurze Treppe vor dem Haus herunter Wie schön, dass du wirklich gekommen bist Klarer Fall Sagt Kugelblitz und lacht Meine Lieblingsnichte wird schließlich nur einmal 13 Er folgt Bonny in den kleinen Garten Wo seine Cousine Nelly schon den Tisch gedeckt hat Ein Anruf für Ronny stürt kurz darauf die kleine Runde Er hat Bereitschaftsdienst und muss leider zum Einsatz Sorry, ich muss jetzt los, bedauert er und steht auf Randale am Rande eines Fußballspiels vom FC Bayern Er lacht spöttisch Ein sogenanntes Freundschaftsspiel Die Kollegen sind schon dort Eigentlich sollte Bernie Engel hin Aber der hat einen Termin beim Zahnarzt Ich übernehme Papas Platz und den Zwetschkendatschi Meldet sich eine dunkle Stimme am Gartentor Hallo Onkel Isidor Es ist Bonnys Bruder Benni Hallo Ben, ruft Kugelblitz überrascht Er verschluckt automatisch das Nie Weil die Verkleinerung nicht mehr zu dem jungen Mann Mit der dunklen Stimme passt Jetzt sag bloß nicht, dass ich groß geworden bin Grinst der hoch aufgeschossene 15-Jährige Der sein silberfarbenes Rennrad durch das Gartentor schiebt Aber das bist du tatsächlich Bestätigt Kugelblitz Mann, wir haben uns mindestens drei Jahre nicht gesehen Zwischen 13 und 15 wächst einem ein Sohn Ziemlich schnell über den Kopf Sagt Nelly lachend Und schiebt Ben das letzte Stück Pflaumenkuchen auf den Teller Er möchte jetzt keinesfalls mehr Benni genannt werden Sondern Ben Bemerkt seine Schwester mit spöttischem Grinsen Aber Bonny heißt immer noch dumme Ziege Knurrt Ben mit vollem Zwetschgenmund Würdest du bitte Isis Koffer ins Gästezimmer hochtragen? Ben Bittet Nelly ihren Sohn Nachdem er den Datschi ratzfatz verputzt hat Und ich trage den Rucksack Ruft Bonny Und läuft hinter ihrem Bruder her Wie gut, dass die beiden jetzt auf unterschiedliche Schulen gehen Seufzt Nelly Als sie hinter ihren Kindern mit Kugelblitz In den zweiten Stock hochsteigt Um ihm sein Zimmer zu zeigen Sie liegen sich dauernd in den Haaren Dabei mögen sie sich Und wenn es darum geht, etwas gegen die Eltern durchzusetzen Halten sie zusammen wie Pech und Schwefel Das klingt ziemlich normal Findet Kugelblitz Ben geht aufs staatliche Gymnasium in die Sportklasse Da kann er mit seinen Kräften etwas anfangen Er ist gut in Leichtathletik Und Bonny geht aufs städtische Gymnasium Zusammen mit ihrer Freundin Lea Als sie im ersten Stock ankamen Poltern Ben und Bonny schon wieder die Treppe herunter Alles oben, ruft Bonny Wir warten unten Ich muss noch dringend telefonieren Während Nelly und Isidor Längst wieder auf einer schattigen Bank Im Garten sitzen Von früher erzählen und über alte Familiengeschichten lachten Telefoniert Bonny immer noch mit ihrer besten Freundin Es ist äußerst wichtig und geheim Lea ist verliebt Und da bleibt die Zeit stehen Wenn man seiner Freundin das Herz ausschüttet Es geht um Rocky Den Schlagzeuger der Schulband Bonny kennt Rocky nur flüchtig Lea hat ihn vor einiger Zeit Auf einer Gartenparty in der Nachbarschaft Näher kennengelernt Rocky ist schon 17 Er hat die Schule nach der 10. Klasse verlassen Und eine Ausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker begonnen Aber in der Band spielt er immer noch Er ist stolz auf seine Rakete Eine feuerrote Vespa Auf der er manchmal schneller fährt als erlaubt Zugegeben Es hat Lea und alle, die es neugierig beobachtet haben Sehr beeindruckt Als Rocky sie vor ein paar Tagen damit vor der Schule abgeholt hat Lea erzählt, dass Rocky sie gerade angerufen hat Um sie auf die Geburtstagsfeier eines 18-jährigen Kollegen einzuladen Eine Riesenfete in einer Almhütte in der Nähe vom Sternberger See Sie fahren am Freitag um 11.30 Uhr los Alle hintereinander im Konvoi Unterwegs machen sie Picknick Es wird eine Mordsgaudi, hat er gesagt Berichtet Lea aufgeregt Klingt nach Spaß, sagt Bonny Aber Freitag ist Schule Ich weiß, sagt Lea finster Freitag um 10 Uhr schreiben wir noch die letzte Mathearbeit vor den Ferien Und ich bringe bestimmt keine Zahl aufs Papier Wenn ich weiß, dass Rocky draußen auf mich wartet Logo, das glaube ich dir sofort, murmelt Bonny Und weißt du, was er dann gesagt hat? Würdest du mitkommen, wenn die Schule ausfällt? Und ich habe geantwortet Natürlich Denn das ist so unwahrscheinlich wie ein Schneesturm im August Coole Antwort Ich bin stolz auf dich, sagt Bonny Schule schwänzen? Wegen Jungs? Nee Den Ärger haben hinterher wir, sagt Bonny selbstbewusst Ihr fällt so eine Entscheidung leichter Sie hat einen großen Bruder Und ist es gewohnt, sich gegen Jungs zu behaupten Jetzt feiern wir morgen erstmal meinen Geburtstag, sagt Bonny Du kommst doch Na klar, sagt Lea und lacht Vor allem jetzt, wo ich weiß, dass dein berühmter Detektivonkel aus Hamburg kommt Ich habe ihm schon gesagt, dass du neben ihm sitzen möchtest, sagt Bonny Danke Ich habe eine Menge Fragen Vielleicht werde ich später auch Detektivin oder Archäologin Das weiß ich noch nicht so genau Er ist der 13. Gast Seit meinem dritten Geburtstag darf ich immer so viele Gäste einladen, wie alt ich bin, erklärt Bonny Stimmt, überlegt Lea Letztes Jahr waren wir 12 Und vorletztes Jahr, beim 40. Geburtstag von Papa, waren wir 40, sagt Bonny Ihr seid eine lustige Familie, kichert Lea Das sind wir, bestätigt Bonny Onkel Isidor nennt uns die Y-Bande Auch jetzt, wo Benni nur noch Ben heißt? Auch jetzt, grinst Bonny Wir können uns doch nicht immer nach den Jungs richten Da sind wir wieder beim Thema Ich fahre Freitag also nicht mit zum Starnberger See Und schließlich ist es auch sein Freund, der Geburtstag hat und nicht meiner, sagt Lea entschlossen Gestärkt in ihrem Selbstbewusstsein beendet Lea schweren Herzens das lange Freundinnengespräch Ihre Mama ist heute früher von der Arbeit gekommen und sucht sich schon im ganzen Haus Die Uhr an ihrem Handgelenk summt Es ist 17 Uhr Zeit, noch eine Runde joggen zu gehen Vielleicht läuft Mama ja mit Und jetzt drei total unterschiedliche Fragen an findige Detektive Erstens, wonach suchen Archäologen in der Vergangenheit und Detektive in der Gegenwart? Zweitens, welches Instrument spielt Rocky? Drittens, der richtige Name von Gangsterboss Popeye ist Romeo Alvarez de Espinaza Kriegst du heraus, wie er zu seinem Spitznamen Popeye kommt? Der höchste Turm der Welt Während es auf der schlichten Uhr am Handgelenk von Lea in München 17 Uhr ist, zeigt die Uhr in der von goldenen Säulen strotzenden Eingangshalle des Burj Khalifa in Dubai schon 20 Uhr an Der berühmte Turm ist mit 828 Metern und 163 bewohnbaren Stockwerten der höchste Wolkenkratzer der Welt In ihm sind neben luxuriösen Eigentumswohnungen 1200 Geschäfte und das wohl teuerste Hotel der Welt untergebracht Popeye alias Romeo Alvarez de Espinaza checkt gerade unter seinem neuen klangvollen Namen Abdullah al-Sadi da Hamas am Empfang des Hotels ein Eine Luxussuite im Hotelbereich des Wolkenkratzers ist für ihn reserviert Dafür hat seine Geschäftspartnerin Olivia da Silva gesorgt, die alles für ihn organisiert Sie besitzt sein volles Vertrauen, verwaltet auch seine zahlreichen Bankkonten und hat wertvolle Kontakte zu den engsten Vertrauten des Emirs von Dubai Besonders nützlich ist ihre Verbindung zu seinem Geheimdienstchef Halef Onda Kaffa, mit dem sie sich öfter im Shangri-La-Restaurant zum Abendessen trifft Zwei Diener in Dichtaschas, langen, weißen Gewändern, kümmern sich um Romeos Gepäck Eine Hostess mit Kappe und dekorativen Seitenschleier geleitet ihn zum goldenen Lift, der in weniger als einer Minute 111 Stockwerke hochsaust In der arabischen Wüstenstadt ist es auch am Abend noch heiß Aber die luxuriöse Suite ist natürlich klimatisiert Romeo legt seinen arabischen Umhang ab und nimmt eine Dusche Dann schlüpft er in den hoteleigenen seidenen Bademantel und lässt sich auf einem der breiten Divane sinken Auf dem Marmurtischchen steht ein Messing-Tablett mit Macarons, Datteln, kandierten Früchten und arabischem Kaffee Romeo schenkt sich Kaffee aus der silbernen Schnabelkanne in ein hauchdünnes Porzellantässchen Greift nach einem Macaron und dann gleich nach dem Handy Er wählt die Nummer seiner Geschäftspartnerin Olivia da Silva und meldet sich mit seinem neuen Undercover-Namen Abdullah Alsadi da Hamas Romeo! Na endlich! Hat alles geklappt? Antwortet Olivia, die ihn natürlich gleich an der Stimme erkennt Ich hab im Internet gesehen, dass dein Flug pünktlich gelandet ist Ich hab die Zeit nach meiner Ankunft genutzt, um etwas einzukaufen, die Kleidung zu wechseln und die Dokumente abzuholen, die du für mich bei der Flughafeninformation hinterlegt hast Sehr umsichtig, lobt ihn Olivia Wann sehen wir uns? Morgen zum Frühstück Heute bin ich hundemüde Es waren aufregende Tage und ich musste München ja blitzschnell verlassen Ein guter oder besser gut bezahlter Freund hat mich rechtzeitig davor gewarnt, dass das Wetter stürmisch wird Und wie läuft es geschäftlich? Die große Obstlieferung aus Ecuador konnte ich noch rechtzeitig umleiten Sie kommt jetzt nicht über Rotterdam, sondern über den brandneuen niederländischen Containerhafen Willingen Ich hab einen guten Freund beim Zoll, der sich darum kümmert Gerade kam eine SMS Unser Bananenkontainer ist schon auf dem Kühltransporter zum Münchner Großmarkt unterwegs Diesmal wurden unterwegs keine faulen Früchte entdeckt? Nein, nein, läuft alles nach Plan, versichert Olivia Das Obst wird sofort nach der Ankunft abgeholt Unser Großhändler Fink ist informiert Perfekt, Olivia, lobt Romeo, seine tüchtige Geschäftspartnerin Und der Großauftrag aus Kolumbien? Der schwimmt ja schon eine Woche auf dem Atlantik Genau, Ananas, Kokosnüsse und Bananen Die konnte ich über Funk mit einer Schlechtwetterwarnung In den großen Containerhafen Gioia Tauro in Kalabrien lotsen Da erwarten uns keine Probleme Ich habe einen Paten in der Hafenverwaltung Gut gelöst, brummt Alvarez anerkennend Er weiß aus Erfahrung, auf die kalabrische Mafia Kann er sich bei dunklen Geschäften hundertprozentig verlassen Und was macht unser Vertriebsnetz? Wir konnten eine Menge neuer Kuriere anwerben In einigen Großstädten ist es mir gelungen Den Lieferservice Pizzarando aufzuziehen So können unsere Fahrradboten in Pizzakartons Die Ware zu allen Kleinkunden bringen Im Augenblick läuft auch der Onlinehandel sehr gut Wir werden unsere neue Ware reißend los Es läuft also alles bestens weiter Sehr gut, brummt Romeo Der natürlich weiß, dass der Onlinevertrieb seiner Waren Vor allem über das illegale Darknet läuft Und wo ist Yusuf? Erkundigt sich Olivia Ich habe ihn seiner Großmutter übergeben Und dazu so viel Geld Dass sie sich ein Kamel kaufen können Er war überglücklich Sie sind jetzt in der Wüste Almaron Bei ihrem Nomadenstamm Romeo lacht und fügt hinzu Falls jemand nach ihm sucht Seine Spur verliert sich im wahrsten Sinne des Wortes Im Sand Dann bin ich beruhigt, sagt Olivia Yusuf war auch für mich auf dem Flug nach Zürich Ein perfekter Begleiter Das war sehr hilfreich auf dem Weg zur Wäscherei Natürlich ist Olivia vor zwei Wochen Nicht nach Zürich geflogen Um schmutzige Wäsche wegzubringen Sondern um die angesammelten Drogengelder Diesmal waren es 3,5 Millionen Dollar Von professionellen Geldwäschern In legales Geld umwandeln zu lassen Diese Wäscher stecken das illegal erworbene Geld Nicht etwa in die Waschmaschine Sondern kaufen dafür wertvolle Gegenstände Die man mit Bargeld bezahlen kann Teure Autos Kunstwerke Antiquitäten Oder Grundstücke Wenn Sie die gekauften Sachen Dann auf dem legalen Markt weiterverkaufen Kann man seine unsaubere Herkunft Nicht mehr nachweisen Es ist gewaschen Diesmal war es echt Kunst Sagt Olivia Und lacht amüsiert Unsere Partner haben im Auktionshaus Sotheby In London Ein Gemälde des berühmten Malers Vincent van Gogh ersteigert Für 17 Millionen Dollar Kann man denn ein so bekanntes Bild Auch problemlos wieder verkaufen? Erkundigt sich Romeo Keine Sorge Ich hab da ein paar diskrete russische Kunstfreunde Die Interesse haben Und einen Händler in Hongkong Einer wird den echten Holländer schon kaufen Und schon ist unser Geld blüht denn rein Olivia, du bist ein Genie Sagt Romeo anerkennend Ich schätze, heute Nacht Werde ich gut schlafen Frage an alle Detektive Die jetzt wissen, dass man zum Geld waschen kein Waschpulver braucht Erstens Warum braucht Romeo in Dubai Dringend neue Papiere Ehe er im Hotel eincheckt Zweitens In welcher Verpackung Verteilen die Fahrradkuriere von Pizarando ihre Ware Und drittens Welche beiden Rollen Hat der kleine Yusuf gut gespielt Bonnys Geburtstag Als Kugelblitz am Donnerstagmorgen aufwacht Lacht der weiß-blaue Münchner Himmel Durch das schräge Dachfenster Und beim Geburtstagsfrühstück Eine halbe Stunde später Lacht das Geburtstagskind Bonny Sie freut sich sehr über den coolen neuen Fahrradhelm Das neue Rad hat sie schon vor zwei Wochen bekommen Weil ihr altes Rad vor der Schule geklaut worden war Heute schreiben wir Englisch und morgen Mathe Die letzten beiden arbeiten vor den Ferien Sagt Bonny Sie schnappt sich noch eine Brezel Setzt den neuen Fahrradhelm auf Ruft Ciao Und verschwindet durch die Tür Da ist es 20 vor 8 Ronny Renz ist schon zur Frühschicht im Kommissariat Und Ben ist mit seiner Sportgruppe Seit 7 Uhr beim Schwimmtraining So ist Kugelblitz mit seiner Cousine beim Frühstück allein Ich bin froh, dass sich Bonny am Gymnasium so gut eingewöhnt hat Sagt Nelly Auf der alten Schule gab es leider letztes Jahr Probleme Bonny wurde gemobbt Weil ihr Papa bei der Polizei ist Zu der manche Mitschüler dort kein gutes Verhältnis haben Und weil sie gute Noten schrieb Genau wie ihre Freundin Lea Da haben beide beschlossen, die Schule zu wechseln Lea kommt übrigens heute auch Sie wollte dich unbedingt kennenlernen Bonny hat wohl ein bisschen mit dir angegeben Na sowas Sagt Kugelblitz etwas verlegen Und fügt dann hinzu Wo sind eigentlich die Tischkarten? Woher weißt du denn, dass es Tischkarten gibt? Wundert sich Nelly Ein Detektiv weiß fast alles Sagt Kugelblitz Klar, dass man am 13. Geburtstag Nicht mehr blinde Kuh und Topfschlagen spielt Für ihre Freunde hat Bonny eine Escape Room Party Gleich am Anfang der Ferien geplant Eine spannende Detektiv Rallye Bei der alle einen kniffligen Fall gemeinsam lösen müssen Aber am Geburtstag selbst Wollte Bonny unbedingt ein Familientreffen Mit richtiger Kaffeetafel und Tischkarten Verrückt, oder? Sie wird erwachsen Schmutzelt Kugelblitz Wer kommt denn alles? Das macht doch viel Arbeit Die übernehmen zum Teil die Gäste Meine Schwestern Rebecca und Anna Wollen Kuchen backen Ronnys Papa Karl ist Koch In einem großen Hotel Der sorgt für das Abendessen Und meine Mama Oma Elsa Zaubert den Nachtisch Außerdem kommt noch Max Er ist 15 Wohnt nebenan Und bringt seinen schottischen Austauschschüler Jack Aus Glasgow mit Das hab ich mir jetzt nicht alles gemerkt Sagt Kugelblitz Dafür gibt es ja eine Gästeliste Nelly drückt ihm lachend Nelly drückt ihm lachend einen handgeschriebenen Zettel Und die Tischkarten in die Hand Komm, wir können den Kaffeetisch gleich decken Ronny ist in der Polizeikantine Und die Kinder in der Schule Für uns beide Hab ich als Mittagessen Eine Weißwurstbrotzeit besorgt Mh, wie lecker Freut sich Kugelblitz Auf diese berühmte bayerische Spezialität Hat er aus Diätgründen lange verzichtet Und wo sitzt wer? Fragt Kugelblitz Als er wenig später die Tischkarten in der Hand hält Ach, ich dachte ein Detektiv weiß alles Lacht Nelly Und legt den Sitzplan auf den ausgezogenen Esstisch Wir werden Lea einfach den Platz neben dir geben Überlegt Nelly Dann kann sie dich gleich mit ihren Fragen löchern Nelly verteilt je 14 Tassen und Teller Je drei Gedecke an der schmalen Seite des Tisches Und vier an der Längsseite Auf einer schmalen Seite sitzt Bonnie zwischen ihren Eltern Auf der gegenüberliegenden Seite Ben zwischen Oma und Opa Auf einer Längsseite sitzen Rebecca und Anna mit ihren Männern Bill und Joe Joe sitzt am Eckplatz neben Nelly Und Bill am Eckplatz neben Opa Karl Rebecca hat ihren Platz zwischen ihrer Schwester Anne und ihrem Schwager Bill Oma Elsa neben Jack Weil sie ein bisschen Englisch reden möchte Und jetzt auf zu einer kleinen Runde Familiendenksport Wer sitzt rechts und links von Kugelblitz Wenn Lea und Max keinen Eckplatz haben? Zweitens Außerdem sind noch zwei Cousinen von Kugelblitz am Tisch Wie heißen sie? Kleiner Tipp Eine Zeichnung hilft dir beim Knobeln Drittens Was ist eine Escape Room Party?